hallo und herzlich willkommen schön dass du einschalten hast letzte folge war ja alles verwirrend aber ich hab's rausgefunden rausgefunden ich habe aus dem gebäude rausgefunden und da ist er aber also kommunikationszentrale oder zentrum oder irgendwie keine ahnung so steht davor die tür ist zu also muss ich irgendwo ein weg finden wie ich da reinkomme tja stehen wir doch da mit dem dicken kopf und da ist doch hier das gewächshaus muss ich doch da reingehen oder okay hier komme ich nicht rein ist auch hier das das große gewächshaus also komme ich nicht rein hier genau weiß rot ist perfekt alles perfekt weil den sturm wie soll ich das mein 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 ich kann nur drum rumlaufen und klotzen bei den sturm oder ich kann das weg geben aber ich hab da nichts gesehen aber da stand doch was mit treppen haus also müsste ich höchstens rein theoretisch und man dass man kurz mal da 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 das immer nicht reingekommen aber da ist doch gewächshaus aber viel aber ist mir zurücklaufen und dann durchs treppen haus irgendwie ja keine ahnung ich weiß es nicht laufen erstmal ringsherum hier ringe ringe reihe machen wenn irgend so blöd klopst und warte mal da jetzt da leuchtet was muss ich jetzt backer fahren da backer fahren ah ich muss da runter oder was ist der katapult frage hin über frage hin klinge reihe mhm 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 okay wir brauchen nicht zurücklaufen Drücke E So, jetzt laufe ich wieder zurück So, weißt du, kein Strom So, jetzt laufe ich den Lockdown und find ihn Da siehst du, endlich Juhu Ja, schön Staub, wie hier abwischen So, das bräuchte ich bei mir zu Hause So, drückst du auf den Knopf, dann gehst du auf einmal, Staub weg Das wäre optimal, aber ich drücke erstmal hier drauf, oder? Ich drücke erstmal hier drauf, wir gucken erstmal Okay Was ist das für ein Check hier, das Ding, oder? Keine Ahnung Ich drücke nochmal drauf 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 Ich weiß, nicht wie das Ich war lange her, nachdem ich einen Support-Ticket Und es war für Chess Oh nie Okay, was haben wir noch? Den Grund gehen. Was haben wir noch? Oh! Oh! Today, our power system continued to fail. The array becomes more damaged with each cycle. I get that people are frustrated. But there is only so much I can do. I have been studying. Hopefully it helps at Nix with Get Together. Ah, guck einer an. Guck einer an. Hey, warte. Okay. Hier, dann wo? Wie kann ich das System reseten? Möchte ich da irgendwas draufdrücken? Ach so, warte mal, da steht... Ach so, warte mal. Mini-Spiel. Ah, stopp. Warte. Das heißt verstanden. Okay. Okay. The T-13s have finally arrived. These will make working on the site so much easier. I'm looking for... Sir. Officer Tyler's here again, insisting to come in. Okay. For a guy who lectures me non-stop about safety regulations, we'd think he'd understand why he's not allowed back here. Okay. Someone's shown here? Yeah. Okay. 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 But what can I say? I'm going to go across the... ... 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 Da ist immer hier. Also muss ich jetzt runter. Hm. Warum? Hat sich jetzt so schwer geatmet? Ist was passiert? Hab ich das verpasst? Ich hab nur gezwinkert. Okay, das ist jetzt der Serverraum. Da, da. Oh, oh. Du kannst das machen. Äh. Ach so, weil Army fehlt. Weil der hatte schon vorher zwei Doti gesehen. Wollen wir kurz die? Ha, komisch. Nimm den Arm. Ja, genau. Jo, das ist bisschen eklig. Jetzt lachen wir aber selber. Wenn ich selber will ich auch nicht so anfassen. Und was machst du, Jess? Ich habe nur einen Mannes fucking Arm. Das ist was. Oh, Spiel. Hm. War ich jetzt irgendwo? Hä? Ich drück nochmal drauf. Ich weiß nicht. Oh, welcher jetzt? Arm ist ab. Lieber Arm ab. Als Arm dran. Oder war es umgedreht. Level 4. Access. Required. Ah, ich musste das bestimmt hier bewegen, oder? Ich laufe mal eine Runde. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Oder aus? Aber natürlich bestimmt nicht. Was ist denn das? Wir haben gleich sehen, wenn wir zum Rechner gehen. Oder muss ich hier auch noch einen machen da drüben. Das fucking System! Komm! Ich musste mal einen kleinen Cut machen, weil ich muss tierisch aufs Klo. Ja, ich möchte... Möchte bestimmt gerne wissen. So, nochmal schauen. Irgendeiner ist doch aus. Habt ihr doch irgendwas? Ja. Oder, warte mal, ich muss noch mal gucken, noch mal richtig anschauen. Weil die sind doch alle. Ja. Okay. Ja, warte mal, warte mal. Jetzt... Jetzt... Jetzt hab ich das mal geschnellt. So, zeig mal her. So... 25, 28... 3... Äh... Also... 25, 28, 23, 35, 39. Aber... Zeig doch alles an. Und... Oder die Reihenfolge. Als erstes. 25, 28... Wollen wir aufschreiben? Warte mal einen Moment. Warte mal einen Moment. Ich glaube, ich... Ich... Ich denke mal schon, dass... Dass es, äh... So ist hier die Reihenfolge. Also 25... 28... 23... 25... 35... Und... 39. Ich denke mal. So, 5... Alter... Da standen ja Zahlen drauf. So... Also... 25... Zuerst mal zu 25. Hä? Ist doch gar nicht da. Nee? Hier. Toll! Warum sagt das mir keiner? So... 28... Ist da hinten... gut. 23... Ach ja. 32... 26... Ich... Ich... Warum hat das mir vorher nicht angezeigt, das Spiel? Das verstehe ich nicht. Oder... Keine Ahnung. Aber trotzdem... 3 35 9 30 Awww Und 39 Auch natürlich ganz hinten Das sind die Entwickler Das sind die Entwickler Zeitschinten So jetzt Jetzt muss es auch funktionieren Was Ich hab da gedrückt 25 War ich doch Oder 25 28 23 35 Und 39 Oh echt Nochmal Ja 0 2 5 Oder hier irgendwas verkehrt gemacht Einmachen 28 Die ist bestimmt woanders Langsam nervt's So jetzt 23 33 23 Das ist schon Andere Seite 35 Und 39 Ich gucke erst mal auf dem Rechner, ob sich irgendwas verändert hat. 25. Äh, 25. Okay, es wurde ausgegangen. 25. 26. Hä? Leute Leute Ja, 25. So, einmachen. So, jetzt sag ich mal her. Okay, als... Entschuldigung, als Ant. Ah, nee, zeigt. So, jetzt mal mit der 28. Wie immer ist es... Enden. So, 28. Hier. Ich weiß gar nicht, hier. Aha, ist schon an. So, jetzt haben wir um 23. Ich gucke jetzt nochmal den Rechner jetzt noch. Okay, 23. Ist an. Gut. So, jetzt haben wir ja. Ja, passt. So, 35. Das war hier. Halt, der Segar verkehrt. So. An. Und 39. An. So, rein durch müsste doch jetzt alles funktionieren, oder? Wird der mich... Schnelle ich da irgendwas nicht? Oder... Was ist... Nein, vergattet das hier gedrückt. Mann, Mann, Mann. 25, 28. Kein Deutsch. Oh, vergattet das da. Mann. Oder ich muss alles ausmachen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier so ein Eimer und dann... So. Und drauf drücken. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aha. Warte mal. Warte mal. Aha. Warte mal. Ich habe irgendwas... Warte mal. 35... 23. 28 und 25 noch. Da guckt... So, jetzt gehen wir zu 28. Ähm... 25. 27. Warte, ich gucke jetzt nochmal am Rechner. Hallo. Hallo. Das finde ich mal spannend. Aber hier ist... Höhe... Ich gucke jetzt noch... Ich gucke jetzt noch... das stopp 23 kein solch war richtig genau 13 Spur warte so macht ich bin auch die ganze nicht wahnsinnig so dass ein hier ist 28 hier ist die achten so ein dritt dritt so ist guck ist noch mal in 25 dran 25, 25 ist hier. Bestimmt auch Sieger. Wollte ich mich verkackeiern? Nee, warte mal. So, jetzt gehe ich nochmal an der 28, weil ich mich schon wieder verdrückt habe. 100%ig. Jessica, nein. Komm, ab. Nein. Okay, da komme ich nicht mehr dran, okay. Das scheint es zu gehen. Irgendwo, keine Ahnung ist es. Irgendwo. Irgendwo. Keine Ahnung ist es. 35, aber ich bin zu blöd dafür. So, jetzt nochmal 39. Da. Ja, also muss ich jetzt 28. 28 ist nochmal 28 und 25 machen was. Da komme ich auch nicht dran. Also fange ich die ganzen Scheiße von vorne an. Jetzt reagiert die Gurke nicht drauf. Ich komme hier nicht mehr dran, jetzt hier. Doch, hier. So, nochmal. So, jetzt. Ja, gut. So, zurück. So, zurück. So, zurück. Das Spiel für vier Stunden. Sonst bist du schnell noch durch. Nein. So, jetzt. Gleich mit der X. Oh. Oh. 35 noch. Und 39. Oh nein. Jetzt. Ich gucke gleich. Ja, bitte. Noch einmal. Da bin ich erlöst. Ja, seid erlöst. Wenn ihr noch dran geblieben seid. Da verstehe ich jetzt das Problem nicht bei den Spielen. Oder war ich jetzt in irgendeinem anderen Universum? So. Und jetzt. Genau. Oh. Hoskins. Kanteen. Got it. One last stop and then we're out of here. Oh. Gut. Ist am Ende einer Folge. Es hat Überlänge mit den Scheiß-Rätseln. Verstehe ich nicht. Na, ist egal. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Da muss man jetzt in eine Kantine. Das ist ein hin und her. Und die läuft auch so langsam. Na gut. Alles klar. Dann sage ich mal auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Saterzykli. Tschüss.